Das war doch die perfekte Überleitung, oder? Als ich vorhin ein Faible aufgenommen habe, habe ich mir so einen Countdown gestellt in meine Uhr. Damit ich sehe, wie lange ich ihn aufnehme. Rat mal, wie viele Stunden der Countdown jetzt steht. Hm. Ähm. 6 oder 7? Mehr. Hm. Keine Ahnung. Nein. Komm schon. Das ist nicht so schwer. Ach. Nein. Nein. 10. Nein. Länger. Ja. 14. 11 Stunden und 17 Minuten. Ja. Wann hast du ihn aufgenommen, Alter? Um, um, um. Mittags oder was? Ja, ja, Mittagszeit. Dann wollte ich es ja eigentlich, habe ich mir so überlegt, ich habe eigentlich noch kurz Zeit. Ich renne das halt mal geil und dann hat es angefangen. Max, wo rennst du hin? Nirgends. Von mir rennst du einen Berg runter. Nö. Tue ich gar nicht. Ich glaube, ich bin einen Berg runter. Wo bin ich denn? Einfach springen und wehdrücken. Ich finde es voll geil. Aber ich will es auch nochmal kurz machen. So. Zack. Wo bist du jetzt? Ich, ich, ich glitsche mich auch den Berg wieder hoch. Kommt da durch die Wand raus. Okay. Das hat gut getan. Wird sagen, das Level machen wir noch voll, oder? Ja. Und dann. Dann beenden wir die Aufnahme Session. Ja, ja, ja. Dann können wir mal gucken, wie lange wir aufgenommen haben und so. Dann können wir morgen noch ein Ründchen zocken. Ja. Ich denke mal, morgen. Schauen wir mal. Und morgen werden wir dann sicherlich Level 15. Das erwarte ich einfach. Komm, jetzt sind die ersten Bangs. Was sind die eigentlich Level 19? Wollen wir mal? Ja, komm, probier nur. Nein. Wollen wir mal. Wollen wir mal, was geht eigentlich von Damage her? Ach, ich meine, wir austeilen. Ich würde mich hier. Weil einmal als der Hammer drauf haut, Alter, der kann schon mal mein halbes Leben weg. Oh, Alter, ich hab kurz gehen. Ich sag's immer, immer bei der Hälfte vom Leben hier. Alter. Geh, ich glaub, also wir sollten doch mal kurz bei den Kätzchen bleiben. Greifen wir doch gegen die Orangen, oder? Wir machen nochmal die stärksten von denen. Okay. Wenn du was willst. Wie oft wir einfach missen. Das ist voll krass. So, ungefähr. Warte, wie viel Masse brauchen wir jetzt noch? Warte, wir brauchen jetzt noch drei solche Balken. Einmal. Einmal. Wie viel Masse brauchen wir denn? Mein Headset blinkt. Kein Moment. 70 Prozent. Wir brauchen noch 30 Prozent. Das heißt, wir brauchen noch 15 Monster. Ungefähr 15 Monster brauchen wir noch. Ja, das ist machbar. Ja, das ist machbar. Na, schon. Aber krass, wie viel wir einfach auf einmal jetzt noch gespielt haben. Oh ja. Ähm. 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 unbedingt ein paar die noch Fable. Alter, man sagt Fable. Bleib aufnehmen. Ne, keine Ahnung. Je nachdem wie es halt kommt. Weil... Die beißt voll in deinen Fuß, Alter. Ist doch geil. Geh erstmal drauf, gell. Ah, die kratzt den Dreck unter meinem großen Zeh runter, Alter. Oh. Richtig geil, gell? Praktisch. Richtig. Praktisch. Boah, die Muck ist einfach so übergut, Alter. Ist einfach so übelangenehm. Oh ja. Wenn man fliegt, kommt auch ne geile Musik. Ja, das ist voll geil. Die wechselt ja dann, ne? Ja, aber die werden ja erst mit Level 20 zu Hürden bekommen. Alter, die Äpfel. Übertrieben. Du weißt, wie groß die einfach halt auch noch so sind, die Äpfel? Ja, und ich hab' die sind aus Gold, die wiegen müssen, Alter. Ich hab' es genau 80%. Ich hab' genau 82%. Ja, du bist ja auch schon. Na, klar. No, der dich angegriffen. Warte mal, ne GM-Information. Keine Gilde kann diese Woche bieten. Auf was denn bieten? Was kann was machen? Hier, ein GM hat gerade geschrieben. Also. Keine Gilde kann diese Woche bieten. Was bieten? Ich denk' mal, du kannst es noch nicht für irgendwelche ähm, ähm, Gilden spezifischen ähm, 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 Sachen, wo du wahrscheinlich die Gilde mehr Erfahrung kriegst. Ist das ein Global Chat, was ich da schreib' oder ist das nur die, um, nur der Umkreis hier so? Das ist Global Chat, glaube ich. Da. Level, warte. 88? 87. Ja, das passt schon. Und dannıl... Da-din-... Meer, meer, meer... Da-da, 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 da-da... weil es ist so ein bisschen was geht die Kuppe schwer gestiegen oder Warte mal kurz, welches Level sind wir? Level 7 ich weiß nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet ab Level 15 kann man übrigens eine erweiterte Party machen da kann man auch so Party-Skills einsetzen wie zum Beispiel, dass die Monster mehr fallen lassen nee, unten in gelb ist doch Chia-Level gestiegen ah nee, Chia-Level ist das weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht ernsthaft, du weißt es nicht? nope, ich hab keine Ahnung, das klutscht, Alter schreibt, oder wenn irgendjemand von euch übel viel FLYV spielt und halt gespielt hat oder es kann der mal in die Kommentare oder Lust hat zu googeln, ja könnte man in die Kommentare schreiben, was die Chia-Punkte sind so geschrieben glaub ich zumindest sieht man nach unten im Chat so, wo sind jetzt hier noch welche? ah hier Chia-Level ist gestiegen gerade stehst dran hmhm kann ich aber auch nicht drauf... oh leid kann ich aber auch nicht draufklicken oder so wieder da? ne? ja, ich bin wieder da warte mal, oh ja, scheiß drauf, komm hm hm warte mal, ich will mal kurz gucken, ob das zensiert wird was denn? ich will einen Penis machen hm warte, wie geht es? ah ne, aber eigentlich der FALT, oder? das macht man doch irgendwie anders ich weiß, er ist ja gar nicht über einen Penis zeichnend also, äh, hier sind mir zu komisch mit C und so aber irgendwie so, glaub ich der sieht voll komisch aus, alter ist grad ein bisschen wie eine Nase mit so nem Clown hahaha oh mann, Alter – altogether kommen die Aggressive ja noch alguma, dabei Angros UNDER SIE ja, ich glaub wenn ich die habe, dann minditas LEVEL Claire auch ich glaube 94% wie warst DU? ich habe 98% würde mich totalپere enc Kubernetes wenn ich ein prozent bekommen nur zwei dann passt das ja noch ein mann trotzdem jetzt springen wir so hoch siehst du das ist es nicht mehr so abgehackt ist es ab welchem level ist das ab dem level dass wir gerade bekommen haben level 12 ja okay okay ist alles ein sehr geil nur der nord kann dieses menü benutzen ja du kannst da jetzt zum ort gewählt dann kannst du steuern machen und so lustig okay alles klar haben wir das okay alles dauert was wir das finden wir wissen dass der wird zwölf noch drei level meine freunde noch drei level warte mal was haben die hier alle level 17 und die ich hier habe es haben wir noch ein bisschen bei diesem jahr ich habe also und dann zu den bern und einfach bis level 15 hier bleiben aber in 15 dann ist also reizt ihr auf jeden fall sagen noch ein level machen wir bei den katzen danach gehen wir zu den banks danach machen wir unsere job quest und sind wir bei level 15 was du damit steht und ich supporter danach gehen mit den mast dungeon und dann gehen wir zu nassend morgen hier warte mal ganz kurz wir stellen es mal ganz kurz nebeneinander also haben wir praktisch flares bald komplett durch schon mal kurz komm mal kurz in die richtung hier aber wir müssen in der mitte von unserem unseren freund stehen also der der grüne freunde in die mitte und du auf der andere seite von dem grünen freund so und ich will kurz den screenshot machen schick mir den dann okay oder schraube laden kurzer facebook guckt ja mach ich warte wie denn das aussieht alter so jetzt klappt es weiter so ja alles klar fette sache hinzu noch was benutzen auch als als thumbnail aber wahrscheinlich benutze ich da wo wir unter dem weihnachtsbaum hocken also nicht benutze ich das für die erste aufnahme da könntest du letztlich live oder einfach live drüber schreiben und dann rechts ist eigentlich viel frei nach bei mir da kann man dann die partenzeit schreiben aber egal gut aber ich sagen oder gut du beendest ja auch aber dann würde ich sagen war es auch für die die erste aufnahme session let's play live together war auf jeden fall lustig da kann man sich nicht mit neuen hinsetzen haben es also wohl gesagt ne ne das warte mal du gehst auf kann man nicht einfach slash 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 nee warte mal das ist im moment kurze teiner du drückst o oder auf o kannst du dich dann hinsetzen ist das zweite oder stecken wir unseren kopf in den boden kommen kopf in den sand stecken okay max nix und damit würde ich sagen haut rein leute bis zum nächsten mal und ähm tschau oh ja bis dann